Der Kohleausstieg wird kommen und es ist jetzt Aufgabe von Politik, von Gesellschaft, diesen sozialverträglich, im Sinne der Regionen und ökologisch zu gestalten. Wir müssen den Strukturwandel klar benennen. Das schulden wir den Menschen vor Ort, dass der Strukturwandel endlich beginnt. Die Gegend hat so große Potenziale, da leben so tolle Menschen und es gibt gute Ideen. Die Menschen vor Ort müssen wissen, was auf sie zukommt, was der Bund machen will, was die Länder machen wollen. Und wen fragt man, wenn es um Veränderungen geht? Nämlich uns, Bündnis 90 Die Grünen.